So, Anja-Polzer-TV wieder online. Hallo. Ja, die Anja, wie viele Tage sind wir heute? Heute ist Tag 6 und ich muss jetzt dringend was loswerden. Als Personal Trainer lernt man natürlich Menschen kennen, die alle was vorhaben, alle viel vorhaben und das alles ganz schnell. Also ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse, aber Anja, mein lieber Mann, hätte ich nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Also, dass jemand so einen Biss hat, also ihr seht natürlich die Gesichtsmüge, die Körpersprache im Training, ich sehe sie und das ist für mich ein eindeutiges Zeichen, dass sie will. Ja, ich will auf jeden Fall, aber wie kann man auch nicht wollen, wenn man so einen Coach an der Seite hat, und ich habe ja gestern den Unterschied gemerkt, ich habe ja gestern alleine trainiert und man trainiert auch mit Biss, aber nicht mit so viel Biss, wie wenn man einfach so einen Personal Coach daneben hat. Das ist schon nochmal was ganz, ganz Besonderes und der holt einfach das letzte aus einem raus. Muss ich auch mal sagen, vielen, vielen, vielen Dank. Perfekt. Tolles Team. Wir hören beide auseinander. Genau. Bis bald. Tschüss. Tschüss.